Herzlich willkommen zu unserem Pelzer Stammtisch. Die Shalima hat sogar extra in Lele mitgebracht im mega-trendy-Class. Servus. Ja, ich habe heute was mitgebracht. Die Mädels wissen es gar nicht. Und zwar, es gibt so ein Heft, das heißt Happiness, für alle, die das Video gucken, die sehen es. Ich weiß gar nicht, ob ich das Heft beschreiben soll. So ein bisschen esoterisch vielleicht, könnte man sagen. Also sind manchmal so Mondkalender drin und so Sachen. Aber bei einer Ausgabe waren auch so Kärtchen dabei. Und irgendwie fand ich das ganz lustig oder so interessant auch. Und zwar, ich lese einfach mal vor, was auf der Karte steht. Und dann kann ja jeder was dazu sagen. Okay. Trinke mal einen Schluck, Lilly. Ich trinke mal einen Schluck, Agua. Okay. Also. Klickerwasser. Die erste Frage. Welche Person hat dein Leben am stärksten beeinflusst? Also dein gesamtes Leben, ne? Ich fange mal mit der Urschel direkt auf. Du. Ich? Ja. Warum? Weil du schon fast seit, bis ganz 36, 37, an meiner Seite bist. Okay. Oh mein Gott, jetzt wird das auch hier noch so eine Love-Story her. Ah ja, die war. Ne, es war ja süß, aber. Ich muss selber mal überlegen. Du trinke ich direkt noch mal einen Schluck drauf. Welche Person hat mein Leben am stärksten beeinflusst? Ja, okay, Oma, Oma. Okay. Die Sache ist halt die, wie versteht man das jetzt? Weil für mich ist beeinflusst, dass die Person entweder positiv oder negativ mein Leben beeinflusst hat. Und klar, meine Oma hat mein Leben auch positiv beeinflusst. Aber eigentlich hat sie mein Leben nicht beeinflusst. Sie hat mich durchs Leben geführt. Also ich würde sagen, für mich so am stärksten beeinflusst, wo ich sage, da hat man was verändert, man hat irgendwie, war es auch nicht immer schön, man ist trage Wachse und musste sein Leben beeinflussen. Also ich würde tatsächlich, ich würde sagen, mein ehemaliger Chef tatsächlich so. Dass der das irgendwie so am stärksten in dem Sinne beeinflusst hat, weil wenn ich überlege, war ja auch Grund, warum ich zwei Wohnsitze hatte, warum ich vielleicht verschiedene Dinge anders da mache und so. Also ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, der und meine Mutter. Ja. Würde ich jetzt sagen. Jasner? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt darauf antworten soll. Ja, weißt du nicht, oder? Nee, also. Ja, ist eine schwierige Sache. Nee, weil, also im Sinne von, weil, so, mein Leben war halt bis jetzt immer durchgetaktet, also, bis ich jetzt so muss, seitdem ich allein bin, war das halt alles immer so. Aber auch, weil ich so wollte, also, weißt du, deswegen, ich kann das jetzt gar nicht so sagen, weil ich eigentlich schon immer so ein bisschen meine eigene Nase hatte. Also meine Mutter sagt ja sogar, die sagt immer zu mir, du bist das Selbstgezogenes, wenn sie pisst ist. Ja, vielleicht ist es ja so. Also das weh, klar, die Oma, ja, aber das hatte man ja jetzt schon, deswegen wollte ich das jetzt nicht nochmal hochholen, so, aber ansonsten. Ja, aber krass, bei uns alle drei die Oma, ne? Ja. Ja. Hat das drei Oma-Kinne. Okay. Was ist dein Lieblingsort und was gefällt dir dort? Boah, das ist schwer, gell. Das ist so frug, die kann ich jetzt nur vier Jahre Corona nicht mehr beantworten, oder drei. Jessie? Ich schwanke noch. Also ich skip die Frage mal. Ja, gut, deine Wohnung, oder, Schalima? Ja, gut, ich bin ja also schon nirgends anders, ne? Ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Ja, aber das kann ja auch die Wohnung sein, also. Und das Büro. Ja. Also bei mir ist acht, tatsächlich, die in meiner Wohnung. Echt? Ja. Also ich frage jetzt so echt nicht wegen der Wohnung, sondern wegen deiner Wohnung, weil ich weiß, wo du wohnst und ich schon mal gewohnt habe. Ja, doch. Vielleicht ist es aber, wenn man, also ja, bei mir und bei meinen Eltern fühle ich mich auch wohl in der Wohnung. Okay. Ich finde jetzt acht, die Frage ist jetzt so einfach zu beantworten, weil generell würde ich sage, zum Beispiel, ich mag zum Beispiel auch die Berge, weil die mich beruhigen. So dieses, ne? So dieses, einfach das Erscheinungsbild. So als Lieblingsort würde ich sagen, ich liebe es am Anker, wo ihr beide schon wart in Kroatien, ne? Am Betong, weil es einfach mir so ein Gefühl von Ruhe gibt, so aufs Meer zu gucken und das Rauschen zu hören und so. Und ich mag den Anblick. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt so von so retten, würde ich auch sagen, dass es meine Wohnung, also meine Wohnung, mein Safe Space ist, wenn man das so nennen will. Und jetzt hier speziell in der Wohnung bin ich tatsächlich am liebsten mit hier am Schreibtisch, muss ich sagen. Das mag ich auch, oder ich mag es aber auch natürlich in der Küche rauszugucken und so. Aber natürlich bin ich auch gern bei meiner Oma zum Beispiel. Ja. Aber es ist gar nicht so einfach zu beantworten, gell? Ja. Aber sicher, wie bei uns alle drei, ach, die Wohnung, ne? Ja. Das stimmt. Okay. So, nächste Frage. Wenn du einem allwissenden Wesen eine Frage stellen dürftest, welche wäre das? Das ist echt Deep Talk, ne? Ach Leute, ich, also weißt du, du warst jetzt gar nicht drauf vorbereitet, Herr. Gut, dass du dir lehende Hand holst. Ja, ja, aber du musst dich ja aufpassen, weil es war ein doppelter Halt. Nicht, dass ich noch ein paar Dinge erzähle, die mir zum Schluss rausschneiden müssen. Bip, 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 bip. Bip. Uschel? Wie war die Frage nochmal? Ja, ich wollte auch sagen. Wenn du ein allwissendes Wesen eine Frage stellen dürftest, welche wäre das? Ach, ich würde es mal froh, wie es in meiner Zukunft aussieht, auf jeden Fall. Ja. So in zehn Jahren. Ja. Obwohl, aber ich hätte auch ein bisschen Schiss, stell dir mal vor, mein Ablaufdatum ist in zehn Jahren. Ach, pappel nicht. Ja, was ist ja das Rest? Weiß ich schon nicht. Vielleicht sind die Knoten ja dann doch Brustkrebs oder so, weißt du, so. Schein mal bitte jetzt. Ja, aber dann ist ja das Datum schon gesetzt. Mach mich nicht fest, Schatz. Prost. Prost. Also ich bin sowieso der Meinung, dass unser Datum für alle gesetzt ist. Ja. Aber ob man es halt wissen will, ist halt die Frage. Ja, aber wenn ich jetzt das allwissende Wesen frohde, erzähl mir mal was von meiner Zukunft in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Und es sagt, ja, du leistest schon unter dem Baum. Ja. Das ist dann schon krass ins Gesicht, ne? Deswegen die Frage, wie die Zukunft ist, ist manchmal vielleicht doch besser, wenn man es noch nicht so weiß. Das stimmt. Also ich tatsächlich würde gern wissen, was nach dem Tod ist. Hm. Weil ich selber, also für mich selber, ich glaube schon an Wiedergeburt. Mhm. Also ich denke schon, dass die Seele sich wieder, also dass ich auch immer wieder dieselbe Seele treffe im Leben. Aber als Kind zum Beispiel habe ich mir vorgestellt, dass im Himmel dieselbe Welt ist wie hier. Und die, wo sterben, leben einfach in der Wolke. So habe ich mir das halt so vorgestellt. Ich habe das auch mal so gedacht, ja. Ja, weil es sind immer Käse, die sind im Himmel. Wisch? Und dann stelle ich das dir irgendwie vor. Aber ich muss sagen, ich glaube schon an Wiedergeburt. Aber da gibt es ja auch geteilte Meinungen. Die Ende sagt, nee, es gibt auf gar keinen Fall Wiedergeburt. Definitiv. Oder in die Himmel oder in die Hölle. Gibt es. Weiter wie die Geburt. Ich kann es nicht sagen, aber ich würde es gern wissen. Ich würde das Wesen gern fragen, was ist nach dem Tod? Wäre so meine Frage. Uschel, du? Ja, ist gut, ich frage. Übernimmt sie. Ja. Abgesegnet, die Frau. Äh, die, ja, doch. Ja, ich habe ja früher immer als Kind so vorgestellt im Himmel. Weil wir jetzt ja gerade so alle davon jetzt, dass, äh, damit es irgendwie, äh, zwar auch so wie eine Erde ist, aber alles viel, äh, bunter und fröhlicher und freundlicher irgendwie, damit alles weiß ist und, ja. Also die, damit die alle so weiß sind, irgendwie ein weißes Gewand und damit die Spaß haben, ja. Krass, gell? Aber jetzt, gell, äh, jetzt wo ich älter bin, denke ich manchmal so, die geistern hier rum. Ja. Mit uns. Man weiß, wer hier noch mit mir in der Wohnung lebt, wirst du so? Ja, das stimmt schon. Ja, ich finde auch so die Tatsache so krass, das stimmt ja auch, was so dieses Jahr so aktuell so rumgegangen ist. In 100 Jahren kennt uns einfach keiner mehr. In dem Haus wird irgendjemand wohnen, der gar nicht weiß, wer wir überhaupt sind. Wenn du klickst, hängt von dir noch ein Bild bei deinem Ur-Ur-Urenkelchen in der Wohnung, der dich aber gar nicht mehr gekannt hat. Es ist so krass. Es ist auch krass, ich habe mal ein Bild gesehen von unserem Haus und von der Strohs, da war noch, wie es noch nichts war, wie das noch glatte Bomben war, also Erde einfach. Krass, ne? Da war noch gar nichts. Das war noch gar kein Strohs. Und zum Beispiel, was auch ganz krass ist, weil es ja noch gar nicht so lange, hä? Meine Oma, das war ja dann ihr Haus, also es waren nur zwei Häuser aneinander so, und meine Oma hat zum Beispiel, war die erste in der Strohs, wo sie so Toilette hat. Welche so richtig mit so... So drücke, keine Toilette holen. Ne, ach, ohne so richtige Kanal und alles. Wir waren eine von der Ersten, wo wir das hatten. Du musstest du dann raus und so separates Kapuff, das haben wir noch, das Kapuff. Das ist jetzt halt was anderes, ne? Das ist jetzt wie so Garagemäßig. Schuppermäßig, ja, genau. Und früher bin ich da dann aufs Klo gegangen. Das war der erste Ausschluss, den die hatten da. Krass, gell? Ja, und wenn du überlegst, das ist jetzt vielleicht 50 Jahre her, ich bin jetzt selber erst 3, 2, 3, ich weiß nicht, das ist voll komisch. Oder lass halt 60 Jahre her sein. Ja, also unser Haus wird jetzt 100 Jahre und das hat mein Urober gebaut. Krass, oder? Damit es immer noch steht, 100 Jahre. Ja, aber ich kenne meinen Urober ja nicht. Ich habe den ja nie kennengelernt. Ach so, ich glaube, unser ist noch älter. Ne, unser ist 100 Jahre alt. Also es gibt auch tatsächlich Bilder, wo es noch gar nicht steht. Oder es ist gleich alt, es kann A sein, ich weiß es nicht. Aber bei uns ist A so tief, ne? Also die Decke sind nur 220 oder sowas. Also es ist alles klar gebaut und du musst von Zimmer zu Zimmer, aber ich glaube, das ist bei euch A so, gell? Beim Oma und Oma. Also so tief sind die Decke nicht, aber du gehst von Zimmer zu Zimmer. Ja gut, es kann ja sein, dass uns das noch ein Tic älter ist. Ich weiß es nicht. Also wir haben ja noch so ein komischer Gewölbekeller und so ein Bunker zum Nuna und so. Also, oh. Ja, okay, gut. Es kann sein, dass A ja ist älter. Gut, ich muss dazu sagen, mein Oma hat uns das auch umgebaut, weil früher bist du auch außen in den Keller. Du wartest auch wie so Gewölbe eher. Und zum Beispiel, was du sagst mit der Toilette, die Toilette war quasi bei uns integriert, aber früher hast du halt eine Poolloch gerade. Also das ist ins Poolloch gelaufen und dann kam ein LKW und hat es ausgepumpt. Das Poolloch haben wir auch noch vor der Dähe. Wir haben auch noch das Poolloch vor der Dähe. So ein Gulli. Ja, genau. Jetzt ist es ein Gulli. Ja. Ja, ja. Aber gut, die war, also wie das dann rum war, hatte man auch als erstes oder einer von der ersten auch gleich, wo es dann im Haus war. Ja. Das Klo. Nimm mich draus. Ja, aber es ist so komisch oder zum Beispiel da, ja. Also das ist krass, ja. Nächste Frucht. Wir sind lang hängen geblübt durch jetzt an der Heise. Wenn du eine Rede oder einen Vortrag vor einem großen Publikum halten dürftest, welches Thema würdest du wählen? Uschel? Weltfriede. Ehrlich? Ich bin gerade bei Degen bei, wie hieß denn das? Das ist echt krass Thema. Weltfrieden, Miss Undercover. Die sind doch all Weltfrieden. Ach so. Nee, nee, Quatsch, nee. Nicht Weltfrieden, aber über, ähm. Wieso ist es ein gutes Thema? So ist es ja nicht. Hä? Ist es ein gutes Thema? So ist es ja nicht. Ja, über, damit wir alle Menschen so akzeptieren sollten, wie wir sie sind. Okay, über Akzeptanz. Akzeptanz, genau. Jasnel? Was bewegt dich? Oh, ich glaube, ich stehe dir voll durchdreht an. Arakiri. Ja, ich weiß gar nicht. Also du nicht jedem die Meinung sah. Ja, genau. Ich glaube, ich stehe dir muss das Blatt rausholen. Das Buch rausholen. Nee. Ach. Ja, doch, ich glaube, ich stehe dir muss so richtig auf gut Deutsch gesagt, ne? Auf die Dichtkacke, wollte ich jetzt sagen. Auf die Dichtkacke. Ja, komm, ich wollte heute mal richtig den Pelzer Stammdicht rausholen heute, ja? Ja, ich würde dann mal loslegen, würde man sagen, wir hätten jetzt alle einmal durchgekaut. Wir waren jetzt beide Schwule, beide Lesbe, beide Transe. Die Indianer sind verboten worden, die Cowboys sind verboten worden. Wir hätten jetzt von allem irgendwas gemacht. Wann fange man mal, oh, die Kleine zu akzeptieren? Der will die auch irgendwann auf den Laufsteg, ja? Gibt es die auch noch? Die Kleine mit sportlicher Figur? Oder muss ich dann klein und verhungert sein? Oder darf ich dann auch klein und dick sein? Zählt das dann auch irgendwann mal? Das, glaube ich, würde ich mal rausholen. Aber darf ich das doch ihr erzählen, Jessie, auf die Dichtkacke? Ja, mach doch. Frei raus. Ich schäm mich für nix. Ist die Wurrüt. Jeder, der mal auf Toilette muss und es trinkt, und der wird mich verstehen. Also ich muss... Weißt du noch, was ich dir letztens erzählt habe, Jenny, mit dem Teppich? Ja, das weiß ich noch. Okay, Leitz, ich muss es kurz erzählen. Also ich habe noch studiert, ne? Und der Dommer und ich haben ja zusammen in Worms studiert. Und der Dommer hat Samstagsvorlesungen. Und ich hatte Samstags-Kerl-Vorlesungen, ich hatte frei, die Klausur hatte ich schon. Oder ich habe den Seminar gar nicht belegt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe die Urschel gefroht. Jessie, ich will mal ein paar Schuhkafe. Und ich weiß auch noch, es waren ein paar Vans. Und ich glaube zu meinen, es waren ein paar Ballerina-Vans. Ich habe die, glaube ich, auch noch. Also ich habe die da gefunden, ich habe die dann online bestellt. Und zwar waren das ein paar, die gingen spitz zu. Ja. Aus so Polyester. Ich muss dir die Mozaige Jess nennen. Und die waren Türkis mit Lilla. Also die sind krass. Auf jeden Fall, ich habe die gesucht für ein Outfit. Und habe gesagt, Jessie, es dauert gar nicht lang. Wir fahren nur Mannheim. Halten am Engelhorn, habe ich gesagt. Du bleibst am besten im Auto. Du fährst mein Auto. Halt ich an. Ich renne rein. Gucke, ob sie die Schuhe haben und komme wieder raus. So. Hotzadio, alles klar. Haben wir gemacht. In Mannheim hatten sie die Schuhe nicht. Und dann war aber in Bobenheim-Roxheim. Was ist denn du jetzt? Da war doch so, wie hieß dann? Da war der Real früher, ne? Ja, da ist jetzt glaube ich ein Globus. Aber da gibt es doch nebenher so Trend. Wie hieß dann das? Genau, neben dem Globus. So Outlet auch so ein kleines. Ich weiß nicht, ob das die Trendfabrik war. Nein, nein, nein. Sowas in die Richtung. Da war auf jeden Fall so ein Klamotten-Schuhladen. Und die hatten auch Vans. Dann habe ich gesagt, Jessie, ich renne schnell rein und gucke. So. Ich komme wieder raus. Dann mache ich die Jessie. Wir müssen da vorne beim Chines halt. Bei dem Bobenheim-Roxheim am Kreisel ist ein Chines, ne? Und dann habe ich gesagt, wieso? Ich muss auf die Toilette. Dann habe ich gesagt, Jessica, sag mal, du kannst nicht einfach bei dem Chinesen auf die Toilette gehen. Jenny, ich muss. Ich sage, Jessie, ich bin da sicher. Bist du da rein oder bist du nicht da rein zum Chinesen? Ich bin da rein, wir sind weitergefahren. Ach so. Ah ja, wie weit ist es noch, Novoams? Dann habe ich gesagt, ja, so weit ist es nicht mehr. Dann habe ich gesagt, du kannst doch an der FH auf die Toilette gehen, ne? Okay, wir fahren noch Wams. Die hockt so da drin. Haltet sich so an dem Offen, an dem Ding da, ne? Bei jedem Stäh und alles, was gekommen ist. Wieso? So. Wir halten auf dem Parkplatz. Auf jeden Fall. Da gab es zwei Gebäude. Und der Dommer war in dem Ende Gebäude und die Jessie rennt an die DER, rittelt an die DER und die war zu. Dann rennt die ums Gebäude rum, will zum nächsten Gebäude und der Dommer kommt halt irgendwie raus und meint, Jessie, was machst du denn? Ich muss aufs Klo. Und der, okay. Da rennt die und die DER waren alle zu. Die Toilette ging nicht. Und der Dommer dann so, ach Jessie, keine Ahnung, geh doch, dann geh doch ins Gebüsch oder das so. Dommer, ich muss kacke. Und der dann, okay, okay, macht da bisschen was. Wir fahren zum Burger King. Da war ich auch schon öfter. So. Auf jeden Fall, da war noch einer bei uns. Und den haben wir mitgenommen. Wollten den Hem fahren, ne? Und es war so ein ganz ruhiger. Der war aus Bayern. Der hat so ein bayerisch geredet. Und er war so ein ganz schüchterner. Aber es war so ein Hip-Hopper, ne? Hat so breite Hip-Hop-Dinger an, so Beanie-Cap und so, ne? Auf jeden Fall, ich so, ja, komm, wir fahren den Schirm, kein Problem. Ich mit dem hinne gehockt. Der Typ vorne, der Dommer ist gefahren. Die Jessie wieder. Ne? Und der Dommer dann so auf einmal. Ach, scheiße, ich glaub, der Burger King, die Toilette, die geht gar nicht mehr, weil du musst mal irgendwie Geld bezahlen oder man darf gar nicht mehr. Die Jessie. Dommer. Es ist mir jetzt scheißegal. Fahr doch hin. Ich kacke den noch auf die Tee. Ich kacke den noch auf die Tee. Ich muss scheiß. So. Wir kommen am Bahnhof an. Der Typ, ne? Die Jessie steht halt aus. Aber der Typ steht auch aus. Dann sag ich zu dem, Samo, bleib doch da. Wir fahren dich heim. No, no. Ich lauf lieber. Aber das war so geil. Dommer, mach und fahr. Ich scheiß denn auf die Tee. Ist mir scheißegal. Ich glaub, zum Schluss war ich im Dönerlade. Ich war gerade in dem Burger King. Ne, du warst irgendwo anders. Ich war im Dönerlade. Okay, die Story jetzt zu ein Schwank aus unserem Leben. Ja. Alter, aber die Anna-Story von mir, die lassen wir noch ein bisschen stecken. Die holen wir echt in fünf Jahren raus. Ja, aber echt. Okay, was würde ich im Publikum erzählen? Ich würde im Publikum erzählen, dass es wirklich mal an der Zeit wäre, dass die Leute endlich mal die Aare aufmachen, ihr Umwelt wahrnehmen, ihr Mitmenschen wahrnehmen und endlich mal kapieren, was da abgeht. Dass es an der Zeit ist, dass wir endlich mal was ändern und dass wir mal eine Gemeinschaft werden, dass nicht jeder für sich sein Ding macht, sondern dass es auch andere Leid gibt, wo man halt auch mal helfen und unterstützen kann und dass wir gemeinsam versuchen sollten, was zu verändern. Das wäre so mein Thema. Ja. Okay. Next one. Wenn du dich mit der Person vergleichst, die du vor zehn Jahren warst, was hat sich verändert? Boah. Okay, also optisch habe ich mich total verändert. Ja. Überleg mal, wie sahst du aus mit 22? Ja, mit 22, da hatte ich noch rote Hohe. Feuerboot. Nee, so, ja? Da hat es schon angefangen, ja. Aber mit 22 hatte ich gerade einen Freund. Okay. Und bei dem habe ich auch gelebt. Also das hat, also wir haben zusammengelebt. Das war so der erste, mit dem ich überhaupt zusammengelebt habe. Mhm. Mhm. Das hat sich schon verändert und seitdem bin ich ja, gut, also aktuell bin ich gerade so wieder ein bisschen sehr, sehr, sehr sensibel, aber zwischenzeitlich war ich so echt tough geworden, so. Ja, aber es hat sich, also ich habe, habe ganz viel verändert an mir, also so gerade vom Wesen auch. Gerade, ne, so ruhiger bisschen geworden. Meistens kommt noch manchmal eine Drache raus, aber. Reifer wahrscheinlich, ja. Ja, also total verändert. Ich war, ja, reifer, genau. Dann war ich auch, guck mal, damals war ich noch bei McDonalds zum Beispiel. Und da war ich auch noch Tanzlehrer. Das hat sich jetzt alles verändert. Warst du doch so Tanzlehrer oder noch in der Ausbildung? Ich glaube, ja, du, 18, ne, da war ich gerade fertig. Ich habe noch hier in Stuttgart drauf gehängt. Stimmt. Da bin ich gerade, ah, stimmt, da war ich gerade das Erste, wo ich dann auch von dem weg bin, wo wir schon zusammen gewohnt haben, musste ich dann auch dort weg. Und gut, das stimmt echt. Also das hat uns echt so ein bisschen ins Knick gebrochen, dass ich weg bin, weil der halt auch zu faul war. Also was heißt zu faul? Er wollte dann halt nie hochfahren. Wobei ja jetzt, ja, der ist so, Umgebung Ludwigshafen, ich will es jetzt nicht so genau sagen, Ludwigshafen Richtung Stuttgart, also war ja, ich habe in Weiblingen gewohnt, war ja jetzt nicht so weit, also. Okay. Aber es wollte halt irgendwie nicht fahren. Aber, ja, manchmal, also ich habe gerade letztens, habe ich ein Bild von uns gefunden, weil ich mein Instagram so auf alte Bilder durchgescrollt habe. Und da, da muss, da habe ich dann schon gedacht, ja, witzig, weil das war auch so der erste Mann, mit dem ich Schluss gemacht habe. Mhm. auch voll krass. Ja, und da habe ich mich einfach, also da habe ich mich echt gut getraut, muss sagen, aber jetzt, heute, also da bin ich ein bisschen schwächer geworden im Vergleich zu heute, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich da ein bisschen tough, aber vielleicht auch, weil ich Dinge jetzt öfter überdenke, weil zum Beispiel damals, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, wenn der jetzt, ich sage es euch, da ging es wirklich drum, der hat halt mehr, ich war einfach nicht die Priorität Nummer eins. Das habe ich schon so, immer so ein Problem, alles gut, bin halt auch Löwe, ist halt so bei mir. Ja, und er hat es dann einfach, das Zocken war für den wichtiger, als ich teilweise. Dann bin ich gegangen, da habe ich gesagt, alles klar, ich packe meine Sachen, weg bin ich. Krass, gell? Mhm. Aber das war auch unfair, weil ich habe ihm nicht mal eine Chance gegeben, oder so. Also da war ich, guck mal, wie straight ich da war. Und wir waren drei, knapp drei Jahre zusammen, und das war wirklich, also, das war ja auch der erste, mit dem ich dann mal zusammengelebt habe, das war wirklich so gefühlt, also zu der Zeit, mein Ein und Alles so, aber eiskalt, habe ich gesagt, alles klar, tschüss, ich bin weg. Eiskalt durchgezogen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es heute nochmal machen würde. So eiskalt. Uschel? Ich überlege schon die ganze Zeit. War schon eine dreißig. Ja, ja. Also ich muss auch noch sagen, wenn ich dann Bilder von mir sehe, von früher, das sieht man noch, dass ich so leicht grün hinter den Ohren war. Ja. Mhm. Wenn ich es jetzt so vergleiche mit meiner Optik jetzt, jetzt bin ich eher so eine Mischung aus Carrie Bradshaw und Samantha Jones. Also nee, ich muss gerade lachen, wie geht die Hohe? Das hat mich gerade an die erinnert. Ja, das stimmt, aber Samantha Jones. Samantha erinnert es mich. Nee, aber im tiefsten Inneren bin ich doch eher eine Carrie. Ja. Also vor zehn Jahren muss ich jetzt auch mal überlegen. Also vom Aussehen her habe ich mich schon ein bisschen verändert. Nee. Ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger auf der Rippe, aber die Hohe sind immer noch das Gleiche. Bis auf die Rohr, ich hatte auch mal Rohr die Phase. Ich hatte lustigerweise vor zehn Jahren eine andere Phase, wo ich mehr auf der Rippe hatte. Das ist interessant. Also ich bin dann dünn geworfen und habe jetzt wieder mehr auf der Rippe. Gut, jetzt habe ich aber gesundheitliche Gründe. Damals da war ich, glaube ich, gerade mit dem Studium, nee, da war ich gerade mit meinem Trainee-Programm fertig, war Filialeiter. Habe den Heiratsertrag schon gekriegt gehabt vom Dommer. Das haben wir gerade gespart für die Hochzeit. Und ich glaube, Ich bin mit 31, ich bin 32, noch nichts passiert. Ja. Und da war mir, wenn mich nicht alles täuscht, war ich doch in Thailand auf Koh Phangan gegangen auf der Fullmoon-Party, der Urlaub. Oder war mir da noch mal in der Dom-Rep, Jessie? Doch, wir waren noch mal in der Dom-Rep in dem Jahr. Weil wir waren mit 30 in der Dom-Rep und dann sind wir ein Jahr später noch mal in die Dom-Rep geflogen. Ja, wir waren noch mal in der Dom-Rep, ja. Stimmt. Das war gar nicht Thailand. Da waren wir noch mal in der Dom-Rep. Aber ich glaube, ich war trotzdem in Thailand, nur ich war Anfang des Jahres in Thailand. Mit dir war ich im September in der Dom-Rep. Ja. Und am Anfang des Jahres war mal in Koh Phangan auf der Fullmoon-Party und der Halfmoon-Party. Wie gesagt, ich war gerade Filialeiter und habe aber schon meine zweite Filiale gerade zu der Zeit jetzt habe ich meine zweite Filiale gekriegt. Ich glaube, ich bin aus der Dom-Rep zurückgekommen und bin direkt in die neue Filiale. Ja. Wenn ich mich vergleiche mit heute, dann bin ich natürlich, oh Gott, krass entwickelt, ne? Also vom Filiale dann zum Verkaufsleiter zu Teamleader, was weiß ich alles. Also, wie du sagst, da war ich auch noch so ein bisschen grün hinter der Ohre. Ich wusste zwar definitiv, was ich will. Ich war straight, ich war zielstrebig, aber trotzdem halt noch ein bisschen grün hinter der Ohre. Ja, nee, aber wenn du auch die Bilder von mir siehst, da siehst du halt richtig noch so, ah ja, die ist noch brav so. Ah ja, klar, mit 22. Ja, jetzt nimmer, also jetzt siehst du das ja stets mir wahrscheinlich gespürt auf der Stirn, aber nee, also aber auch so allgemein, ähm, ja, also schon bei mir auch, guck mal vom, mit Tanzen jetzt das, mit dem, was da jetzt noch dazwischen gekommen ist, nochmal neu und so, also schon krass verändert. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, ne? Vor allen Dingen, ich habe ja einen Job, den ich nie machen wollte, wo ich mich mein Leben lang in der Schule gewehrt habe und dagegen gesträubt habe und gesagt, nein, ich will das nicht. Nein. Krass, gell? Jetzt hocke ich durch. Ich manchmal dachte ich, manchmal habe ich echt überlegt, ob ich meinen Lehrer mal schreiben soll oder so. Ach, Frau Papsch, sie hatten doch recht. Mhm. Uschel, du? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Anna hießt. Lehrerin. Ja, ich hatte noch so ein, ah, Ruble hieß die, die hat gesagt, ah, Schalima, du musst erst mal eine Schule, mach doch erst mal eine richtige Ausbildung und dann kannst du das ja immer noch machen mit deinem Tanzen. Hm. Ich habe es halt andersrum gemacht. Ja, nee, also eigentlich, guck mal, aber ich denke mir dann, manchmal denke ich mir dann so, die Sache, die ja jetzt passiert sind, wäre ja nicht passiert, wenn ich was anderes gemacht hätte. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich jemand ganz anders. Aber das ist halt die Frage, das ist jetzt die Frage und das wird man niemals rausfinden, wer wäre ich jetzt, wenn ich einen anderen Weg gegangen wäre? Also ich glaube immer, dass unser Buch geschrieben ist, wir aber aussuchen können, welchen Abzweigungen wir nehmen. Willst du was schreiben? Ich hatte auch zwischendrin Zeit, wo ich hätte in Rotterdam gehen können, weil die, die in Rotterdam mit in der Aufnahmeprüfung gesessen hat, hat mich hier in Deutschland auch gesprochen, hat zu mir gesagt, geh, du musst dort hin, du gehörst dort hin. Dann war ich dort und habe mich benommen wie so kleine graue Maus. Ich habe so gehockt, ich habe Durchfall gehabt vor Angst und alles, weil in das Trikotschiss sei ich da, auf jeden Fall. Und jetzt, heute denke ich dann so, wie blöd war ich eigentlich? Wer weiß, wer ich jetzt wäre? Ich würde wahrscheinlich jetzt vielleicht, man weiß es nicht, in Rotterdam auf der Bühne stehen, weißt du es so, und wäre Tänzer und hätte meinen Traum gelebt, den ich immer leben wollte, auf der Bühne sein. Das war ja mein Traum, auf der Bühne sein, kein Tanzlehrer, Bühne. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, okay, wäre ich dann jetzt so, wäre ich dann jetzt die Person, die ich jetzt bin, man weiß, dann wäre ich vielleicht auch so Mitläufer, weißt du es so. Oder, ich sage mal so, vielleicht, jetzt mal blöd gesprochen, wäre ich in Rotterdam, wäre ich erfolgreich gewesen, aber wäre ich zum Beispiel umgeknickst und deine Karriere wäre fertig und du wärst trotzdem dort gelandet in der IB, sag ich mal, ne? Ach so, so, ja. Gut, oder man weiß es ja nicht, manchmal denke ich mir dann so, ja gut oder schlecht, zum Beispiel, wenn ich beim Alex, damals geblieben wäre oder so, wäre ich dann jetzt schon verheiratet. Hätte ich jetzt schon Kinder. Das war nicht. Weil wir waren jetzt, ich war ja 22, ja, und er, also, ja, weil ich hab's ja beendet, ne? Aber wahrscheinlich, ich denk wahrscheinlich nicht. Nee. Weißt du, weil, keine Ahnung, vielleicht wär ich noch länger bei ihm geblieben und dann wär's doch aus einem anderen Grund schief gegangen, man weiß es nicht, ne? Hm. Aber es ist halt so lustig, ne, wenn man überlegt, wenn man jetzt in andere Zweige gegangen wäre, wer wären wir dann jetzt eigentlich? Das stimmt. Aber ich glaub halt, wir wären dieselbe Person, aber es wär halt anders der Kumme, dass wir so werden, wie wir sind. Wißt du, ich halt? Aber gut, das, wie gesagt, man weiß es halt nicht, ne? Naja, ich weiß es halt nicht, ne? Ich denk mir dann halt so, okay, gut, vielleicht hätte ich dann, wär ich dann jetzt verheiratet, hätte Kinder, aber wär ich dann glücklich. Das wär dann die andere Frage. Ja. Hm. Ist man nicht. Vielleicht schon geschieden. Hm. Oder so. Ja. Uschlein. Vor zehn Jahren. Ja. Hm. Hab ich ihn doch geschafft, ich überleg grad. Warst du doch mit dem Udys schon zusammen? Jo. Gott. Ja, war ich schon zusammen mit dem Udys, ja? Die Charlotte. Die Charlotte, ja. Aber ich. Äh, äh. Wer ist die Uschle? Die überlegte. Die Rothorisch. Die Rothorisch. Ah, du bist die Miranda. Ah, die Miranda. Jenny ist die Charlotte. Oh, ne. Ich bin nicht so naiv. Ne. Ne, ich hab mir nicht grad was geschafft. Ich glaub, ich hab mir beim Klier geschafft. Ich bin eher so Miranda eigentlich. Du bist eher die Miranda, ja? Ich bin doch die Charlotte. Ne, die Jo ist die Charlotte. Ne. Ich bin definitiv die Carrie. Das wisst ihr ja. Ja. Also ich bin Carrie Carrie. Also das ist ja schon geschrieben. Auf keinen Fall. Ich glaub, ich könnte auch ein Samantha Jones sein, aber ohne den ganzen Sexkram. Also nur diese erfolgreiche Geschäftsfrau. Direkte. Und das Direkte von ihr. Das vielleicht, ja. Okay, aber Urschel, wolle ich noch was sagen, sorry. Ne, das hab ich schon beim Klier geschafft. Ja. Eigentlich hast du dich groß verändert. Ne. 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 Okay. Welche Bemerkung von jemand anderem wirst du nie vergessen? Also da hab ich jetzt wirklich, kann ich aus dem kurzen Playkästchen plaudern, da hat jemand auf der Arbeit zu mir gesagt, ich würde aussehen wie sechs, wie fünfe dreißig. Da hab ich gedacht, ich war wegwärts vom Sockel. Das war das aller, aller, allererste Mo, dass jemand zu mir gesagt hat, ich seh älter aus, als ich eigentlich bin. Das werd ich nie moals vergesse. Das nehm ich mit ins Grab. Ne, ohne Scheiß, weil du hab ich wirklich, du war ich eiskalt geschockt. Ich wusste nicht, ob ich lache oder heule soll in dem Moment. Ja. Wirklich? Ja? Was ist so schlimm? Ja, das hat, ich könnte mich da immer noch drüber aufregen. Aber vielleicht hat der das gar nicht optisch gemeint, vielleicht hat der das von deinem, von deiner Reife gemeint. Nein, wir haben es dann nochmal klargestellt, es war einfach nur, mich zu ärgern. Entschuldigung. Aber trotzdem, das auch, ja, das auch ein Teil, ein Teil hast, ich stehe da auch recht, das kam auch zur Sprache. Trotzdem war ich da sowas von schockiert, weil die Auflösung kam ja erst ein paar Wochen oder einen Monat oder zwei später. Ich war ja sowas von geschockt, das hat mich total fertig gemacht. Da war ich wirklich tagelang damit beschäftigt. Dann habe ich mir überlegt, okay, brauche ich schon ein bisschen Botox? So wichtig, so, weil ich habe mir gedacht, ach, du lieber. Und dann habe ich, egal wen ich, weil egal wen ich frage, die meisten schätzen mich zwischen 26 und 28. Alles klar, bin ich voll fein mit. Aber doch, Kätz, 35. Nee, hätte ich jetzt auch nicht geschätzt. Ja, da war ich echt, da habe ich echt überlegt, soll ich jetzt lachen oder heulen? Also ich muss ehrlich sagen, 26 jetzt auch nicht, weil du siehst schon aus wie eine Dame. Das liegt aber an deinem Style, sag ich mal. Also ich würde sagen, so 28 hätte ich geschätzt, 29. Ja, es kommt ja auch immer drauf an, wie dich jemand, ne, also manche, der Ärzte, die haben jetzt zu mir gesagt, 26, 20 mal weiß, ich meine gut, wenn du jetzt deine Donut-Vans auch hättest. Ich habe keine Donut-Vans. Ach, die Simpsons-Vans, so die Schlappe, die Donuts. Aber die sieht ja keiner, das sind immer Hausschuhe. Ja, aber wenn ich dich so sehen würde und dann mit einem heißen Schlofahrzug oder so, wie so ein Onesie oder so. Da habe ich einen neuen mit Aristocats drauf, einen rosa mit Schleifchen und so. Ja, siehst du, dann würde ich sagen, okay, die ist 23, 22 oder so. Kommt ja drüber. Nee, alles gut, man sieht sie auch unter meiner Aare. Wobei, vielleicht bald nicht mehr. Uschel. Ja, ihr seht es ja nicht. Ja, ich seh das auch nicht. Du spielst. Doch, auf der Jenny im Foto, ah nee, das sieht man nicht, weil da ist der Ransefilter drüber. Der ist wunderbar. Der macht sich immer weiß. Ja gut, ich meine, ich habe halt schon ein paar Augenringe. Nein, guck mal, ich bin gar nicht so weiß. Ja, weißer als du, ja, aber ich bin gar nicht so weiß. Du bist Porzellan. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe noch ein bisschen selbstbräunert drauf, ein bisschen ist noch drauf drauf. Das stimmt ein bisschen. Ein bisschen. Also, Uschel, welche Bemerkung? Wambarsch. Hä? Wambarsch. Das weiß ich gar nicht. Doch, da war man in Asselmo in der Turnhalle, da hat sich ein Diverser umgetreten, hat zu mir gesagt, Wambarsch. Echt? Ja. Wann waren wir nur 60, 70? Das muss ich mal später, muss sagen, wer das war. Das weiß ich. Ich erinnere mich noch an den Wambarsch, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich hatte die K-H-Tasse auch, die Baggies, die K-H-Tasse. Und so. Doch, Wambarsch. Okay. Ich hatte noch einen Rucksack auf, ich hatte so Oberteil aus dem H&M, das war so hier ärmellos, das war aber so ein bisschen, das war ein bisschen so, so ein glattes Stoff, war das ein fechterer Stoff irgendwie. Das hatte ich auch. Ich hatte Kotze vor, das weiß ich noch. Also muss das mit 70. 60. Wambarsch. Und, und das Zweite ist, ich sehe aus wie ein Zwitter. Hä? Ach, komm jetzt. Da war ich in Frankendal, ich habe mein Mittlerei 52 noch geholt in Frankendal und dann hatte ich so meine Phase mit Hoherfarbe ausprobieren und ich hatte auch Kotzehoher gehabt und hatte Türkis und hatte so auch Rauschfarben, die Sonnebrill auf, die fand ich ganz cool damals und dann ist einer, ich bin die Treppe runtergelaufen von der Schule und der ist hochgelassen und hat zu mir gesagt, Zwitter. Ich würde aussehen wie ein Zwitter und ab dem Zeitpunkt habe ich mir immer hoch wachsen lassen. Ja gut, ich hätte auch, also so Sachen habe ich auch schon, also ich natürlich, das Erste, was die mir in den Kopf geschmissen haben, wo die dann Standgebläse oder so, das hört mich dann eigentlich, also klar, wenn du so ein neues Wort dazukommst, erschreckt dich das dann schon. Aber ja, da kann ich auch, Alicja Harry, weiß. Also ich muss sagen, solche, klar kenne ich das, dass man als Kind zu mir gesagt hat, Ching, Chang, Chang, du stinkst schon ein bisschen dumm oder wie, ich weiß gar nicht, wie der Spruch ging oder zickzack, zäckepack, wo ich Punk war und so, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat mich, ich weiß nicht, als Kind hat es mich vielleicht schon berührt, weil ich gar nicht gesehen habe, dass ich anders aussehe wie andere, aber da ich das halt von Klee auf gewöhnt war, dass ich eigentlich immer so der Außenseiter war oder immer so angegafft worden bin, habe ich schnell gelernt, damit umzugehen und das stört mich gar nicht, mit mir das da rein und da raus, solche Bemerkungen, also aber natürlich kenne ich das, so Beleidigungen, aber ich überlege wirklich gerade, welche Bemerkung ich nie vergessen werde. Also ich werde die Situation nie vergessen, was ja aber nicht nur eine Bemerkung ist und zwar, das war für mich so die größte Lehr und zwar war ich so 13 und 13 oder 14 oder ich bin kurz vor 14 gewesen und ich habe ein neues Fahrrad gebraucht. Auf jeden Fall haben meine Großeltern gesagt, ich so habe meine Eltern froh, ob sie auch was dazu geben und mein Vater kam dann halt und da habe ich froh, ja Papa, gebe ich mal Geld für Fahrrad und dann hat er zu mir gesagt, ne, du bist jetzt alt genug, du kannst was schaffen gehen und wenn du selber schaffen gehst und hast was verdient, gebe ich dann auch was dazu und es war für mich ist so Weltuntergang, weil ich das nicht gewohnt war, weil ich halt immer alles gekriegt habe und ich war natürlich erstmal sauer und wütend und habe geheilt und war so ein Arsch und keine Ahnung was, aber heute denke ich, das war die Bemerkung, die mich zu dem Mensch gemacht hat, der ich heute bin, dass ich einfach gelernt habe, wenn du was erreichen willst und wenn du was haben willst, muss ich es schaffen und dass ich dann halt so reingeklotzt habe, dass ich halt wirklich so weit komme bin. Ja, genau. Okay, next one. Welche Eigenheit zeigst du nicht gerne anderen? Ich fange mal an. Gäbe so Beispiele deiner Mo. Ja, also welche Eigenheit zeige ich nicht gerne anderen? Also ich bin tatsächlich jemand, der nicht über seine Probleme sprechen kann oder über Dinge, die ihn bewegt. Also ganz schwierig. Also so das, was mich so im Innere betrügt, was mir vielleicht Angst macht und so, das sind Sachen, die ich tatsächlich niemandem erzähle. Das mache ich mit mir selber aus. Also nicht im Moment oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also die ich wirklich, also ich schloss schwer so wirklich an den Kern an mich, das mache ich alles so mit mir selber aus. Also so dieses, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Problem damit, vor jemandem zu heulen, wobei doch, also ich bin schon so jemand, wo es so tough ist, wo nicht gern vor anderen heult und nicht gern Emotionen zeigt. Aber es gibt Situationen, wie jetzt eine Beerdigung oder so, da kann ich das dann auch. Aber ich muss schon sagen, ich bin jemand, der nicht gern Gefühle zeigt. So, bin ich so richtig emotional, weil ich mich nicht so oft erlebe. So wie mich. Da muss man mich schon weit treiben. Ja. Was aber auch nicht immer gut ist, ne? Es ist gut, diese Emotionen rauszulassen, weil dann loschst es raus und dann ist gut. Ich bin halt, muss halt immer viel mit mir selber ausmachen und das ist halt schon auch schwierig, aber ich weiß auch nicht, ich kann es irgendwie nicht so. Ja. Jasna? Ich überlege noch. Ja, ich überlege auch gerade, was ich an, also weil ich bin ja jemand, ich zeige alle Emotionen. Ja, du bist extrovertiert, ja. Okay, also es gibt, also ich muss, doch, nee, es gibt, also ich bin ja so ein Perfektionist und zum Beispiel, wenn ich Fehler mache oder so, das mag ich gar nicht. also ich gebe das zu, aber ich fühle mich dann super schlecht. Also gerade auf der Arbeit oder so, also ich, also natürlich, bevor jetzt ein anderer wegen mir Ärger kriegt, gebe ich das immer zu, aber wenn du es für Tusche kannst, steht es für Tusche. So. Manchmal kann ich es da für Tusche, dass ich mich noch mal retten kann. Nee, es ist mir dann peinlich, weil ich einfach denke, mir darf kein Fehler passieren. Aber zum Beispiel ich, wenn ein anderer was falsch gemacht hat und der traut sich das nicht und ich weiß das, dann nehme ich die Schuld auch auf mich. Also ganz komisch, weil ich dann weiß, jo gut, ich weiß das sowieso nicht. Und irgendwann erzähle ich das dann immer, wenn deine Fetze da drei Wochen, vier Wochen rum sind, dann erzähle ich das dann so, wie ich, eigentlich war das der, aber ich habe es auf mich genommen oder so und dann bin ich wieder frei, fein aus dem Schneider. Aber mir, mir darf sowas nicht passieren oder so, also völlig zitiert. Ja, und was ich auch habe, so, ja, meine komische Ticks, also das mag ich nicht, wenn Leute das mitkriegen, aber man kriegt es halt automatisch mit bei mir, dass alles immer so auf dem Platz stehen muss oder, oh ja, also, das ist zum Beispiel dieses Perfektionismus, das ist auch so ein Tick, wenn das dann jemand mitkriegt, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann bin ich ja super ek, also so, will ich jetzt alle drüber retten, so, wisch? Mhm. Also ganz komisch. Und was auch witzig ist, ja, obwohl ich glaube, es gehört nicht dazu, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand Komplimente macht oder so, kann ich damit zum Beispiel alle zu gut umgehen. Ich auch nicht. Ja, Was ganz komisch ist, wenn jemand zu mir sagt, wenn jemand zu mir sagt, wenn, oder überhaupt das so auf der Arbeit, also klar, jetzt in letzter Zeit läuft es halt immer runter, gehe wie Öl, weil ich jetzt schon lange kein Feedback oder so mehr gekriegt habe, weil wir auch alle so mega im Arbeiten waren und so, alle, ob das jetzt mein Chef war oder ein anderer noch dazu, alles gut, aber so, du läuft das dann immer runter wie Öl, aber ich kann es trotzdem nicht zu 100% annehmen, wisch? Das ist wie das, was du mir geschickt hast, Mutjani, wie kann man, wie kannst du glauben, wie auch das geschieht, wie kannst du, wenn einer zu dir sagt, du bist hässlich, glaubst du es dein Leben lang? Ja, ja, genau. Wenn jemand zu dir sagt, du bist schön, glaubst du es nur für eine Sekunde oder so. So ist es dann. Also dieser Fehler, das geht mir auch noch Ewigkeiten und es ist so nervig und das ist dann zum Beispiel sowas, das mag ich eigentlich nicht, weil es ist, ich weiß, dass der Perfektionismus halt ja auch irgendwo so eine Schwäche ist und das mag ich nicht, wenn andere Leute mitkriegen, dass ich so krank bin. Okay, krass. Oder halt auch so krank mit meinen Tics. Ja, aber das stimmt halt einfach, ne, man ist so vom Negative, wie Jessie sagt, bestimmt haben auch 100 Leute gesagt, sie ist schä, da erinnert sich nicht mehr dran, sie erinnert sich nur noch an den Wamberarsch. Ja, ja. Ah ja? Ja, krass. Ja, der Witz ist jo, damals war das vielleicht ein Wamberarsch und 20 Jahre später oder 10 Jahre später oder whatever. Wer ist ein schlanker Arsch? Ja. Jetzt ist ein schlanker Arsch, weil jetzt sind wir jo all, ja. Bis auf Claire gibt's jo alles, also außer Claire. Ja. Claire sind wir noch nicht, oder sind wir noch nicht, ach komm. Big is beautiful, stimmt. Ja, Jessie, welche Eigenheit zeigst du nicht gern anderen? Ich weiß es nicht. Jessie, irgendwie alles. Du bist jo Buch mit sieves Siegel. Das stimmt. Ja. Also. Ich würd' sagen, wir machen jetzt die Letchcard, weil so wird es zu spät, wir können jo nächste Woche weitermachen. Achtung. Achtung. Jessen an euch. Angenommen, du hättest einen Freund oder eine Freundin, der, die dir in allem ähneln würde, woran würdest du dich letztendlich stören? Das ist eine gute Frage. Also, du hättest jemand, der genau, ein Freund oder Freundin, der genauso ist wie du, was würde ich an der Person stören? Kenn ich jo jemanden. Und, was würde ich störe, Jessen an? Ja, das Problem ist, stört mich nicht. Nee, Quatsch. Ja, also, ich muss sagen, ich hatte mal jemanden, mit dem ich zusammen war oder fast zusammen war und der war auch Löwe und auch Aszendent-Löwe. Und teilweise war es halt so, dass ich echt in den Spiegel geguckt hab und ich hab gedacht, alter, nee. Also, das war echt ekelhaft, ne? Wie mensch das? Ja, weil der in jeder Situation gleich war. Der war einfach in jeder Situation alles wie der, wenn der, ähm, wenn wir diskutiert haben, wie wir diskutiert haben. Es war alles identisch. Es war so ekelhaft. Und dann hab ich noch so gedacht und der ist auch wegen allem gleich so explodiert und so. Gut, dass denn die, gut, dass denn die Kopfhörer anhatten. Nee, der ist auch wegen jedem gleich hier explodiert und so. Und dann hab ich mir immer so gedacht, oh nee, so will ich nicht sein. Oh Gott, ist das ekelhaft. Aber ich wusste jo, dass ich A so bin, bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Also, das war echt scheiße. Jetzt wiederum hab ich auch so eine Person, die ähnlich ist wie ich. Aber das, ähm, eher so in diesem perfektionistischen Arbeitsthema und so. Aber ich war auch früher zum Beispiel bei McDonalds, bin ich um 10 vor 6. Wenn Dode Tacker nicht auf seinem Platz gestanden hat, bin ich schon explodiert. Okay. Da hätt die schon zu mir gesagt, Schalima, weil die waren alle ein bisschen älter als ich, hätten teilweise auch meine Mütter sein können. Die hätt zu mir gesagt, Schalima, also wenn du nicht mit dem Weggang zurückfahrst, sieh mir dich burn out. War dann auch, also war ja nicht, also nicht ganz so, aber ja. von dem Chip gehupst, so gefühlt. Nee, aber trotzdem, also deswegen, ich bin nur so, also deswegen, also das sind so Eigenschaften, das eine habe ich schon ein bisschen abgelegt. Klar, ich kann immer noch ekelhaft sein, aber so, so wie du, nehme ich so krass, glaube ich. Okay. Manchmal kommt es vielleicht noch durch. Uschel? Gott. Du weißt ja, die Unverschlossenheit. Wie? Du bist ja auch verschlossen. Ah, meine ich auch verschlossen. Die Verschlossenheit. Die Unverschleun, die Verschlossenheit. Wichtig, du wolltest jetzt, du wolltest jetzt, du wolltest jetzt auf die, auf die Volltächer mache und die schöne Wörter benutze. Die Unverschlossenheit. Die Verschlossenheit. Die Unverschlossenheit. Also, dass du nichts gesagt kriegst. Yes. Wie, dass du nichts gesagt kriegst? Hä? Was noch? Ah ja, so wie sie, dass sie halt nie sagt, was ist. Jupp. Ach so, ja. Ah, dann doch richtig, die Unverschlossenheit. Warum haben wir dann jetzt so gelacht? Ah ne, sie ist ja verschlossen. Sie ist ja nicht offen. Ja, also ich würde sagen, ich glaube, mich würde stören an der Person meine Redegewandtheit. Weil, wenn du mich zum Diskutieren bringst, ich dann wirklich so schlagfertig bin, dass ich am Ende immer recht habe und wenn ich richtig sauer bin, dann ist es wirklich so, dass ich denjenigen verbal wirklich tot mache. also, aber nicht, dass ich den beschimpfe, also ich bin nicht jemand, der jemand beschimpft oder so, sondern ich sag dir so konkret die Dinge auf den Punkt, die dich so verletzen und treffen, aber nicht, weil ich dich beleidige, sondern weil es die Wahrheit ist. Mhm. Und ich glaube, das tut weh, wenn du das halt so gesagt kriegst. Und ich glaube, das wäre was, das würde mich stören. und vielleicht auch so ein bisschen das, dass du, also viele Leute, die provozieren you und wollen dann mit dir diskutieren und wollen mit dir Krach machen und so. Und ich bin jemand, der sich nicht aus der Reserve locker lässt, der halt dann eher so ruhig bleibt und dann halt noch eher, wie soll ich denn sagen, ich kann die Leute dann halt noch provoziere, weil ich dann halt sage, ja, du hast recht, ja, gebe ich da absolut recht, weißt du was, ich meine, weil ich so genau anders da mache, wie die Leute es gerne hätten, ich glaube, das würde mich dann vielleicht auch nerven. Ja. Ja, ich glaube, das wäre so das. Wie du aber sagst, bei dir eigentlich das Gleiche, dass jemand halt genauso, bei dir, dass jemand genauso, wie du diskutiert hat. Oh ja, also ekelhaft, ja, nein, weil das Ding ist, wenn du das ja, ich habe das ja auch noch in echt erlebt, der stand ja vor mir und ich denke nur so, oh mein Gott, ich bin, ich habe wirklich, ich habe mich gesehen, ich so, oh mein Gott, ich bin genauso. Das ist krass. Das war echt eklig. Aber der war halt, ach, Löwe, Löwe, beides, ne? Ascendent, ach, Löwe, identisch. Krass. Und es hat auch null funktioniert, weil es einfach, das Ego ist zu groß, also du hast ja jeder Ego für zehn, und wenn, also wenn du dann so jemand, also so zwehochst, du musst dann echt einer sagen, okay, komm, ich stecke zurück. Ja, das ist auf jeden Fall schon, ihr schlagen euch schon die Käppe ein. Ach. Das ist ja dann wirklich so. Ja, aber das ist bei mir bei den meisten Sternzeichen so, wobei gut, weil viele Sternzeichen kann ich auch dominiere, aber es gibt nur so paar. Das ist dann langweilig, ne? Das ist langweilig für mich. Ich mag das ja auch, mich so. Ja. Zu duolieren, das ist für mich so ein kleines Hobby. Also ich würde sagen, ihr leid, das war echt eine gute Folge. Das war echt gut, ich muss mal wieder machen. Ja, so ein bisschen Deep Talk. Ja, wir haben jetzt, wir haben auch noch Karte übrig, und deswegen würde ich sagen, wir machen nächste Woche weiter. Aber das sind die Karten aus der Happiness, oder? Aus der Happiness. Das sind jetzt nicht die aus dem, aus dem Karten-Spiel. Deep Talk, nee, das sind von der Happiness. Ah, okay. Ja. Genau. Und dann danke, dass ihr da wart. Schön war's. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.